Und da ist bestimmt das, genau, das Wäger-Schiff noch dran. Das ist kein Blödsinn. So, gleich haben wir das Maximum wieder an den Schiffen. Wie sieht es aus mit den Ressourcen? Da ist die mobile Raffinerie, aber jetzt habe ich echt nur drei. Ja, kommen noch ein paar. Übrigens, wenn ich andere Trümmerteile jetzt zerstöre, geht halt auch die Strahlung weg. Das sind halt die dunklen Wolken. Und ich muss ein bisschen aufpassen, denn... Da oben ist zum Beispiel noch ein Stück Trümmerteile, da unten ist auch noch ein kleines Stück. Oh, das gibt es doch nicht. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Ist da echt eine Flotte in der Ecke. Genau, kümmert euch mal mit um die, weil... auch wenn ihr jetzt nicht so Bombe seid, gegen Jäger sollte das da doch ganz gut funktionieren. ... Geträge fahren in der Mission. Alles gut. Da oben können sie sich erstmal sammeln. Und ich muss jetzt mal gucken, wo hier irgendwo so eine dämliche Fregatte ist. Beziehungsweise das Trägerschiff, was mich da stört. Konstruktion auf dem Weg. Die Erde ist klar. Gruppe 1. Strikgruppe Koordinaten in locken. Copy. Strikgruppe Koordinaten in locken. Confirmed. Strikgruppe Koordinaten in locken. Gruppe 2, Copy. Komm, sprengt einfach alles weg. Die können doch nix. Ach, da ist ne große Anlage. Ich werd bekloppt. Einfach hin da, zerstören. Alles wird gut. Und so, da kriegen wir schon Besuch vom Norden. Beweger ist durch. Was machen wir? Ähm... Du gehst erstmal weg. Gruppe 2 unter Attack. Resource Collector complete. So, ihr geht zurück. Und greift die da oben an. Die Haupttruppe, ihr seid eh nicht schnell genug. Ihr greift bitte hier das Raumdok an. Aber Hauptsache, die Pulsareinheiten gehen nach hinten. Träger, hau ab. Mobile Raffinerie rüber mit dir. Komm, du hältst einiges aus, Träger. Ja, es wird uns jetzt nur ein bisschen Zeit verschaffen. So, jetzt geht's erst ab hier. Und wie sieht's bei euch aus? Sehr schön. Nimmt das Mistding auseinander. Gruppe 2, wir brauchen hier. Gruppe 2, wir brauchen hier. Gruppe 2, wir sind unter Feuer. Bam, boom. Gruppe 2, unter Attack. Pew, pew, pew. Mayday, Mayday. Wir stehen unter schweren Geschuss. Aber reicht noch, um da Lensjäger rauszuschmeißen, ne? Gruppe 1, standing by. Du, mich auch. Gruppe 2, has defeated the enemy. Und weg hier. Resources exhausted. Strike Group, coordinates locked in. Strike Group moving into position. Strike Group moving into position. Supporting friendly units. Acknowledged. There's nothing left out here. Acknowledged. Die können gar nichts gegen uns machen mit den schweren Raketen. Standing by. Course set. Ich glaub, der hat auch schon ein Rohstoff-Sammelproblem. Roger. Group 2. Strike Group moving into position. Strike Group, coordinates locked in. So, hier stand irgendwo der Welger. Mother ship. Group 2. All route. Dock mal einmal an. Resource collector awaiting instructions. Mother ship. Du bitte einfach irgendwo Ressourcen sammeln. Collection confirmed. Reporting. Äh, jetzt haben wir zwei Mobilraffinerien. Macht aber nichts. Schicken wir beide da hoch. Und ich schicke dann die Beweger unten lang, oder? Problem ist einmal, wenn ich die da oben lang schicke. Ich muss erst den Feind binden. Stellen wir die erstmal da hin. Group 2. Copy. Wir müssen erstmal unsere Hauptstreitkraft da hinbringen. Und das kann dauern. Die sind durch die schnellsten. Strike Group moving into position. Strike Group coordinates locked in. Group 2 reporting. Na? Confirmed. Move order confirmed. Du baue mal bitte für uns ein paar Sonden. En route. Wir kriegen da oben schon wieder Besuch von ein paar schweren Fregatten. Group 2 standing by. Probe complete. Probe complete. Boah, jetzt geht der schon wieder gegen meine Rohstoffe. Group 2. Strike Group. Nix da. Angriff. Probe complete. Ready. Probe deployed. Probe dispatched. Wo mal ein bisschen Sicht. Probe away. Group 2 reporting. Group 1. Target confirmed. Probe in position. So, Angriff gegen die Infiltrationsgriff-Regatte. Group 1 reporting. Dann kannst du auch noch eine schöne Pulsar-Heli bauen. Group 2 standing by. 4, 8, 12. Moment. 4, 8. 9, 10, 11. Dann haben wir 12. Group 1 reporting. Group 2 reporting. Strike Group moving into position. Combat maneuver confirmed. Strike Group attack order confirmed. Group 1 standing by. Gut. Wir kommen sogar von hinten ran. Probe deployed. Pulsar Gunship squadron complete. Group 1 standing by. Watch your 6. Lass das. Group 2 reporting. Group destroyed. Attack vector lead in. Genau, zertrümmert das Ding. Komm, Angriff, Angriff, Angriff. Schneller, 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 schneller. Und dann müsste er da abhauen. Keinen weiteren Piloten verlieren. Degree destroyed. Group 10 reports enemy contact. Group 2. Group 1 standing by. Under way. Destination locked in. Ein Traum. 2, strike group coordinates locked in. Mothership. Confirmed. Resources downrange. Group 10 under attack. Group 1 copies. Confirmed. Group 1 reinforced. Group 2 copies. Group 10 reports enemy contact. So, dann greift die mal an. Group 1. Target confirmed. Wie sieht es aus mit Fregatten? 2 Abwehrschirme haben wir. Wir haben 4 Flak, 7 Torpedo. Und 2 Ion-Geschütz. Nehmen wir nur eine Flak, dann sind wir auf 17. Nehmen wir 3 Ionen. Nehmen wir was. Ja, Waren 3. Dann haben wir noch eine frei. Würde ich noch eine Flak nehmen. Watch your 6. Group 1 standing by. Group 2 reporting. Group 2 reporting. Strike group coordinates locked in. Mothership. Ach, diesmal darf ich die nicht bewegen. Doch. Wenn ich es richtig auswähle, dann kommen wir auch ein Stück vorwärts mit dem Mutterschiff. Destination locked in. At ease. Flak Frigate complete. Group 1 copy. Vorsicht, weg da. Destination. Leute, ey. Group 1 under attack. Boah, wenn ihr in die Strahlung fliegt, seid ihr selbst schuld. Group 1. Kapital ship locked in. Kostet ihr mich einfach Asche. Group 1 copy. Strike group moving into position. Strike group moving into position. Construction underway. Ion cannon frigate complete. Group 2 copy. Strike group development. Randa, Randa. Randa. So, repariert euch. Pulsar Gunship Squadron complete. Wir versuchen hier nicht so lange die Strahlung ein bisschen weiter abzubauen. You are clear to dock. Strike group coordinates locked in. Moving while engaging. Strike group destroyed. Strike group attack order confirmed. Group 2 copy. Wenn wir das Trägerschiff aufgehalten haben, sollten auch keine weiteren Wäger hier sein. Group 1 standing by. Group 2. Lokal resources exhausted. Fleet moving on. Mayday, mayday. Strike group resisting fire. Pulsar Gunship Squadron. Debris destroyed. High on cannon frigate. Completed. Attacking capital ship. Sehr schön. Dann nehmt den mal auseinander. Debris destroyed. Look sharp. Group 1 standing by. Debris destroyed. Einfach ran da. Kümmer du dich weiter um die Trümmer. Group 10 under attack. Strike group under enemy attack. Group 2 reports enemy contact. This is a cakewalk. Dat war's. Pulsar Gunship Squadron complete. Group 2 reporting. Group 2 has defeated the enemy. Black frigate complete. Strike group coordinates locked in. Standing by. Group 1 confirmed. Group 2 reinforced. So, das Trümmerteil kann ich nicht sprengen. Ist aber auch nicht schlimm. Wir ziehen die Truppen nach oben zusammen. Copy. Acknowledged. Moving to destination. Course set. Oh, wir schicken den schon mal da hin. Understood. Ready. Group 1 copies. Reporting. Group 1 reinforced. We got company. Group 1. Copy. Reporting. Group 2 reinforced. Strike group moving into position. Okay, hier gibt's noch ein paar feindliche Beweger. Watch for debris. Das soll jetzt aber nicht das Problem sein. Die nehmen wir auch noch mit. Ready. Nothing but gravel out here. Ready. Acknowledged. Wer ist ein schöner großer Zerstörer? Du bist ein schöner großer Zerstörer. I like you. Group 2 reporting. Mothership. Group 1. Group 2. Copy. Group 1 reinforced. So. Nicht als Phalanx. Als Jägerverband bitte mal zusammen. Group 1. Boah, kommen wir noch mehr Beweger. Produktion underway. Group 4. Copy. Group 2. Vom warum, wenn ich die Beweger-Technologie habe, warum kann ich meine Schiffe nicht einfach besprühen mit irgendeiner Flüssigkeit, die gegen die Strahlung hilft? Da muss ich nicht mit den trägen Dingern hier rumdüsen. Vor allem kann ich die eh nicht mit der nächsten Mission nehmen, glaube ich. So, jetzt erstere ich nur noch die Markierten. So, wo geht's für euch hin? Nach da oben. Dann schicken wir den Rohstoff, also die mobile Raffinerie, die mobile Raffinerie direkt da in die Mitte. Moment, stoppen. Genau, setzt euch eine neue Formation zusammen. So, und dann den ja noch weg. Dann haben wir's auch. Und das war diesmal echt ne schwere Geburt. Ich baue noch zwei Rohstoff-Sammelschiffe, die können meine Fregatten ein bisschen reparieren. Oder? Ach, zwei reichen. Ich will das Geld auch nicht so rausschmeißen. Ich hab zwar viel auf der hohen Kante, aber wer weiß, vielleicht brauchen wir es noch. Wir haben ja auch in dieser Mission relativ viel rausgeschmissen. Deshalb baue ich auch noch nicht weiter Zerstörer. Weil wir haben vier Zerstörer. Erstmal, was soll passieren? Kräfte mal das richtige Ziel an. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Boah. Träge Mistdinger. Ich wollte schon sagen, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht? Oh, wir nehmen doch die Beweger mit. Oh, wir nehmen doch Gott. Bis zum nächsten Mal.